Fast zwei Dekaden ist es her, dass ich selbst das erste Mal so richtig verzaubert wurde. Ich war beeindruckt von den Dingen, die ich sah. Doch noch viel mehr beeindruckten mich die Dinge, die ich nicht sah. Fasziniert vom unbeschreiblich schönen Gefühl der Verblüffung und des Stauns wollte ich von diesem Tag an nur noch eins. Ich wollte imstande sein diesen erlebten Moment für so viele Menschen wie möglich zu kreieren. Mein Name ist Steezy und herzlich willkommen in meiner Wunderwelt. Überall dort, wo Leute gute Stimmung auf ihrem Event brauchen. Überall dort, wo auf Veranstaltungen das Eis gebrochen werden muss. Überall dort, wo gute Gastgeber sich mit exquisiter Unterhaltung abheben wollen. Genau dort bin ich zu finden. Die Arten von Magie, die ich darbiete, kann man letzten Endes in zwei große Kategorien packen. Das erste ist die Close-Up-Magie. Das heißt, dass ich hier aus unmittelbarer Nähe für Kleingruppen von Zuschauern meine Kunststücke darbiete. Und das zweite ist die interaktive Bühnenshow, bei der ich für alle Zuschauer gleichzeitig ein tolles Wir-Gefühl kreiere. Mich inspiriert an meinem Wirken als Magier, an die unglaublichsten Orte zu kommen, die spannendsten Charaktere kennenzulernen, zu sehen, was meine Kunststücke in den unterschiedlichsten Menschen an Reaktionen hervorrufen kann. Und das ist unglaublich spannend, unglaublich inspirierend und ein riesengroßes Geschenk. Mein Ziel ist es, Leute aus ihrem Alltag zumindest für einen Augenblick zu befreien. Mein Ziel ist es, in ihnen die Inspiration zu wecken, um den grauen Alltag etwas bunter zu gestalten. Und das ist meine Mission. Vielen Dank für deinen Besuch in meiner Wunderwelt. Wenn dir gefallen hat, was du gesehen hast, lass von dir hören. Bis gleich! 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 Bis gleich!